Oh, herzlich willkommen zurück zu COD1. Ich denke, ich hab's jetzt, naja, so ungefähr, ne? Wir hatten ja hier aufgehört bei dieser Hütte, wo es dann da reinging. Und, äh, ich war gerade irritiert, worum ich hier festgegangen hab, aber es war die Mauer anscheinend. Ja. Ähm, ja. Aber, ich denke mal, als Einstieg ist es ungefähr hier jetzt vielleicht gar nicht so schlecht, weil es wird sicherlich auch anders laufen und so weiter und so fort. Und, ähm, ja. Können wir mal gucken hier. Was hier so los ist. Hier gibt's jetzt erstmal nichts jedenfalls soweit. Und hier kann man auch nicht einsteigen. Und, ja, gucken wir mal, wie wir das jetzt hier machen. Ich fahr'n, schalten da gleich den Krieg. Hopp. Ja. Ich fahr'n, schau'n, schau'n, schau'n. Ja. 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 Ich fahr'n, schau'n. Ich fahr'n. Ich fahr'n. Ich fahr'n. Ich fahr'n. Ich... erste hilfe unsere jahre alles drum und dran ich habe nicht gesehen gehen sie rein nehmen sie alle dokumente mit und stoßen sie dann wieder zu uns sergeant moody und ich suchen preis und ingram ok also wir schauen mal wo ich stehe hinter der tür und das ist auch cool ja 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 ach shit, hätt ja klappen können ne da liegt ne mp40 also hab ich nur erwischt mit der granate joo joo So, 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 so. Da ist er geflogen, ne? Der hat mir schön seine Munition entgegengeschmissen. Da steht noch einer. Pistol Action hier. Oh komm, kann man auch mal machen. Oh komm, da ist noch einer, das weiß ich. Ne, hab ich doch schon gekillt. Auch gut. So geht das auch hier. Ich mach euch fertig hier, Jungs. Irgendwelche Dokumente ausgesammelt. Oh. Ich hab's geahnt, dass sowas passieren wird, aber irgendwie, ja. Junge, junge, junge. Mit einem Schuss erwischt, geil. Den auch. So, muss man mal gucken. Hier rum, oder? Hm, komm, ist wieder Trapgear. Bleh. Oh, wassack. Alle erwischt, ja. So, aus, ne? Oh, jetzt muss ich auch hier hoch, ne? Sie kommen von links! Ging irgendwo ne Tür auf. und als theoretisch meinen jungs mal hinterher oder was da los dort oder so ja eigentlich kam doch einer von meinen leuten jetzt mit dazu ich stand doch hier nicht alleine ja 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 Geh! ja das läuft hier jetzt ein bisschen anders ich bin ja eigentlich nur von hier irgendwo gekommen sein naja die Wummel ist leer gut gerade rechtzeitig ja Halfpack verschwinden will ich auch nicht jetzt muss ich es nicht verschwinden jetzt kann ich es einfach nehmen Ah rien So. aber jetzt kam eigentlich spätestens einer von meinen jungs hier mal mit dazu oder so dachte ich junge 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 gute arbeit alles klar weiter da seid ihr ja 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 jetzt nicht aufgeben preis und ingram sind hinter dieser tür zurücktreten wir jagen sie hoch du liebe güte amerikaner ja kommt dann hol den raus hier können wir bald richtig weitermachen ja 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 Oh, dann haut mal rein da. Sammeln wir uns, wir hauen ab. Gerten, was ist mit Major Ingram? Wir kümmern uns später um ihn. Jetzt rein da. Oh, hätten wir das erledigt. Okay, Martin. Wir sind jetzt bereit, das Tor zu rammen. Wir haben genau 10 Minuten nach Ihrem ersten Schuss. So, und jetzt schaue ich erstmal, wie das war. Ob das haben wir nämlich sogar noch kurz gesehen gehabt, ne? Ich weiß es nicht. Und ja, wie auch immer, ich beende hier erstmal diese Folge und bis dann, wenn es dann richtig weitergeht.